war eigentlich ganz doof von uns dass wir den anderen zu wenig beachtung gegeben haben ja ich habe mich direkt in die richtung gedreht aber dem seine seine gewehr war schneller das war das problem wir gehen nach links nach da die gegner können von links kommen wir haben so oder so die chance auf gegner treffen egal ob wir rechts und links und geben so auf hinter dir kommt ein zombie Okay. Raben, ne? Über dir. Mhm. Wo ist denn Richtung Osten? Ja. Sorry, ich hab Schattensicht angehabt. Ich hab's ja nicht gesehen. Pferdchen. Aber bestimmt schon gefunden. Kann sein, ja. Ich glaube, die sind im Heim, wie immer, in Kirche. Ich glaub nicht, dass die hier sind. Ich hab ja gesagt, wahrscheinlich haben sie den schon gefunden, wie immer. Mhm. Ich schieß jetzt. Okay. Das war so ein gepanzerte. Ich weiß. Das Ding sitzt drauf. Hier, der Fetty. Ich hol ihn. Ich muss weglaufen. Ja, super. Ich hab. Hier half hab ich. Der sitzt so nur leider auf meinem Bolzen. Ich muss mein scheiß fucking Bolzen. Nein. Ich hab ihn runter. Jetzt hat er mich erwischt. Scheiße. Immer noch. Wo bist du denn? Der ist runtergelaufen. Ja. An der Seite. Rot. Rot, ne? Das hab ich schon gesagt haben. Ich hab's gehört. Aber nimmt der jetzt die Bolzen nicht. Okay. Die sind jetzt über uns. Okay. Okay. An den Straum. Da sind zwei Teams. Ich würde jetzt von dem Arsch rein her schätzen. Jetzt ist es nur ein Team. Nee, doch nicht. Kann ich noch wissen. Weg über uns? Mhm. Weg über uns? Mhm. Okay. Hier kommen sie nicht rein. Hat sich benutzt. Ja. Hast du ihn? Ja. Einzelspieler, ne? Ich hab mein letztes Heilungspaket benutzt, jetzt. Weil der hat ein Schwert. Naja, Falle dann. möchte ich einen drauf namcerin. Auf jeden. Falle liegt. Soll ich da eigentlich noch anzünden? Nö, ist weiß. Ja, aber ich habe es noch. Ich hoffe es ist dran. Was hast du noch? Ich habe ja die Dings dabei. Läuft Pistole? Ja. Wo liegt das Scheiß? Wie ist ich denn jetzt? Ich weiß, was ja noch läuft. Ich kann hier noch eine Falle setzen. Ja, mach das. Weil mehr habe ich nicht. Ich habe die beiden Türen hier in die Richtung, habe ich verbarrikadiert. Hier liegt auch noch eine Falle, falls wir brauchen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Gut, dann steht die schon mal hier. Dann gehe ich noch eine holen. Ja, hier liegen noch ein paar mehr. Ich bleibe nicht lieber hier bei der Spinne, weil hier zwei Türen sind. Wir haben Ausgang Nordwest oder Südwesten. Die Entfernung etwa die gleiche. Von Südwesten sind wir gekommen. Ist natürlich dann einfacher. Also theoretisch vermute ich mal, es ist ein Duo und ein Singlespiel jetzt tot. Plus uns beiden, das sind fünf, sind immer sieben Leute auf dem Server. Aber ich habe jetzt noch eine Falle. Ja. Ja, platzieren, wo du kannst. Ja, ich habe jetzt quasi fast überall platziert. Ich habe hier nichts an Öffnungen. Was du brauchst, hier ist Heilung. Was du später brauchst. Was du brauchst. Das muss jetzt aber auch für dir langsam kommen, ne? Nee, nee, brauchst du nicht. Das ist eine ziemlich beschissende Situation, weil hier zwei Türen sind. Und die Spiele liegt quasi genau dazwischen. Ja, lass mich erstmal aufnehmen. Ich guck mich um. Nee, ist keiner. Kannst holen. Kann man nicht benutzen. Scheiße. Warum auch immer. Erschreck mich nicht. Ja. Ich. Ich. Ich verstehe zwar nicht, aber ist okay. Ich. 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 Und ich. Ich. Warum seid ihr rausgeflogen? Nein, wir können mit. Ich. Ja, daran hättet ihr vorher denken müssen. Ja, ich bin von Mimmerich gewohnt, dass sie eh nicht kontrollieren. Die haben auch verschreckt kontrolliert, also. Ich. weiß ich bescheid. Du Clara. Okay. Alles klar. gut später von rechts kam der schuss ja jetzt aber weiter weg das auch da ist wasser teufel das war ich ja ja dachte ich mir alter dieses schiff guck mich noch mal um mir ist nix halt doch stürb ok clean sweep alles free ja diesmal warst du derjenige der rausgezogen hat ja da stand doch schön in der tür ich habe mich nur rumgeschlichen ja 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 klar hoffentlich war das jetzt ich habe mich nur geärgert dass meine meine button mein bolzen vorbeigegangen ist einzeln spieler war das aber hat auch nur einen stern also von daher ja ich habe ich habe ich habe auch das gefühl dass wir in letzter zeit immer schlechtere teams aber ich kann nicht verstehe wir machen doch richtig gilt in letzter zeit gerade ja das funktioniert irgendwie nicht mit dem stern scheint überhaupt nicht zu funktionieren echten kopfschuss geil er schreibt total durcheinander zu sein ja trotzdem trotzdem geil 800 haben wir verdient gefilg 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 Süden oder Südwesten? Südwesten sieht näher aus, aber... Ah, Käfig war immer. Aber da ist ein Käfig, wollte ich sagen. Ich krieg' Glas hier, ne? Hm. Was die Kuh gehört? Na gut, die können vielleicht machen Kühe jetzt auch ein Einzel-Muh. Als Umwegungsgeräusche. Ah! Mann, 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 Mann! Da haben wir aber einen Scheiß-Startpunkt gehabt, ey. Oh, Hunde. Ich bin doch nicht bei dir. Das wäre auch noch ein. Ich wüsste, wo sie sind. Ah, da kommt noch. Okay. Pass auf, da laufen Zombies. Nach links rüber. Wahrscheinlich waren es doch unsere. Na ja, sie kamen schon in unsere Richtung, ne? Ja, sie liefen aber zuerst nicht in unsere Richtung. Das ist geil, ein Zombie ist gewarnt. Direkt hinter dir. Hä? Hä? Wo ist er denn jetzt? Hä? Warum ist die Kiech nicht mehr angezeigt? Bist du? Da. Was war unter uns? Aber wie kann denn... Hä? Wo ist der denn da? Da kommt noch ein... Dings. Wieso müssen wir uns aber die Klus schwer verdienen, ne? Süden müssen wir weiter. Die Kopfschüsse auf. Ja, aber... Ja, die sind schon... Bosser machen, eindeutig. Emo. Das ist übliche. Ja, das übliche. Ja, wir sind kurz davor. Und haben aber nicht gebannt. Bewegung von... Rechts. Weiß nicht, ob das Bounty Team ist? Ja, aber... Er braucht auf jeden Fall Munition, hat er gerade gesagt. Das freut mich. Ja, hat er gesagt. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ja. 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 Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Ich bin noch ein bisschen weiter weg. Was ist das? Fuck! Wisse ich... Wie, wirst du noch mehr? Da waren drei. Hä? Sonst heißt einer von den Bounty Team war noch übrig. Liebst du noch? Leck mich am Arsch. Ich muss nachladen. Ich auch. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer. Noch einer. Ich bin leer. Hier oben. Hat aufgenommen. Hab ich gesehen. Geplättet. Ab jetzt. Da kommt noch einer. Hat mich gemessert. Da hat ein Schwert. Scheiße. Die hatten beide ein Schwert. Und ich hab zu spät gemerkt, dass sie hinter mir ist. Oh. Scheiße. So eine schöne... So eine schöne Runde. So ein... Blödes Ende. Hat der ein Schwert. Die hatten beide ein Schwert. Beide. Und ich hatte gerade... Ich hatte ihn nur vergiftet, aber... Ein Hundertstel zu langsam gedreht. Oh. Ich war gerade beim Abdrücken. Oh. Oh. 1200 Handdollar Geschenke gekriegt. Oh. Schön. Nice. Und nochmal 1444. Und wir haben nur 100 gewonnen für die Runde. Oh. Darf nicht wahr sein. Das ist so ehrenlos. Guck mal. Alles nur ein Sterne. Was für ein Schwachsinn ist das? Was? Ja. Das stimmt nicht. Also wenn ich jetzt hier gucke auf der Startseite, kriegst du ja die äh... Wie heißt mal? Statistik angezeigt. Guck mal. Ich hab äh... 1... 1,05. 1,05. Ja, das ist... Und das ändert sich nicht. Es geht nicht... Also hab... Ich hab jetzt um... Um 0,1 hab ich jetzt verloren. Ja. Ich weiß nicht worauf die das jetzt beziehen. Also das ist mir ausschleierhaft. Also wir haben... Wir waren Team 1, ne? Wobei ich dich nicht kenne. Sehe ich gerade, ne? Von Team 1 waren wir. Team 2 haben wir den zweiten getötet. Der erste hat mich gekillt. Ja. Aber der ist wahrscheinlich dann von denen gekillt worden, ne? Dann haben wir von Team 3 haben wir beide gekillt. So, dann gab es einen Solo-Spieler. Von Team 5 haben wir einen gekillt. Den zweiten. Und Team 6 hat uns dann jetzt gekillt. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass du noch ein Einzelspieler da war. Dann wäre der Server gecleared gewesen. Wir hätten das eine Team jetzt noch killen müssen. Dann wäre es einfach gekillt gewesen, bis auf einen Einzelspieler. So ärgerlich, hä. So ärgerlich. Ja, ich gucke gerade rum. Da kommt er um die Kurve gelaufen mit dem Schwert. Ich habe zwar noch getroffen, aber nicht gekillt, ne? Ja, ich habe gesehen, wie er da stand. Dann habe ich mit der Pampe abgedrückt. Aber aus der Entfernung habe ich ihn auch getroffen. Aber natürlich nicht tödlich aus der Entfernung. Dann bin ich zu ihm hin. Dann fing er an, halb um diesen Klotz rumzulaufen. Und in dem Moment denke ich so, ich laufe den doch jetzt nicht her. Dreh mich um. Und dann kam mir der zweite Mann mit noch einem Schwert entgegen gelaufen. Und ich denke so, ja. Da wollte ich gerade abdrücken, aber da hat er mich auch schon. Das war wirklich ein Hundertstel. Naja, vier Kills hatten wir. Eigentlich eine schöne Runde mit einem unrühmlichen Ende, ey. Ja, das war jetzt natürlich blöd, dass die beide mit Schwert reingelaufen kamen, ne? Da war auch nicht viel Chance da, ne? Ne, wirklich nicht. Hätte ich jetzt die Pampe gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich gehabt, weil er direkt vor mir stand. Aber... Ich hatte ja eine Pampe. Ich habe nur zu spät registriert, dass der hinter mir, also der zweite hinter mir ist. Jetzt hätte ich ihn gehabt. Ich habe schon wieder Quartiermeister. Okay. Danke fürs Zusehen. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017